Ich bin Silvari. Vor 25 Jahren erschien mein Volk in Tyria. Der blasse Baum erblühte, die Erstgeborenen erwachten. Der Traum wirkt die Erinnerung meines Volkes. Ich nehme sie auf und erwache dann in der Welt. Der Traum erfüllt mich mit Wissen und ist meine Verbindung zu anderen. Meine Inspiration, mein Leitbild. Ich sehe meine Aufgabe jetzt vor mir, das Böse zu stellen und zu zerstören. Mein Schicksal ruft, es wird Zeit zu erwachen. Meine Zeit kommt bald. Die Natur und das Gute sind in Gefahr. Alles Leben steht auf dem Spiel. Wenn Tyria leben soll, braucht es uns. Wenn wir versagen, wird der Traum zum Albtraum. Und Tyria verkümmert und stirbt. Ich träume von Reisen. Mein Volk flüstert mir etwas von fernen Orten. Und geheimnisvollen Ufern zu. Ein weißer Hirsch läuft vor mir her. Tapfer und wild. Er schenkt mir Freiheit. Der Traum verheißt meine Zukunft. Ich sehe ferne Lande und Gefahren. Doch auch meine Heimat. Einen Hain mit einem weißen Baum. Und Freunde, die mir beistehen, wenn ich sie brauche. Es ist meine Pflicht, denen zu helfen, die hilflos und allein sind. Ich schütze sie. Ich höre meinen Namen im Wind und fühle den Ruf der Zukunft. Und doch fühle ich, wie die Finsternis naht. Etwas dringt in den Traum ein. Es versperrt mir den Weg zum Erwachen. Bevor ich die Welt betreten kann, muss ich erst das Böse überwinden. Ich wurde vom Traum gerufen. Das ist meine Geschichte. Zum Wohl des Landes. Zum Wohl des blassen Baums. Kommt zu, Maser. Ich brauche eure Hilfe. Ja, ich bin hier. Könnt ihr mich... Die Welt. Im Traum? Was heißt das? Und wieso seid ihr so durchsichtig? Ich bin in Tyria, einem weit entfernten Land. Bald werdet ihr hier erwachen. Aber im Moment lebt ihr noch im Traum. Ich habe jetzt keine Zeit, euch das zu erklären. Etwas vergiftet den Traum. Vergiftet den Traum? Natürlich, ich werde tun, was ich kann, um zu helfen. Aber warum ich? Euer Geist ist stark. Unterschätzt euch nicht. Begebt euch zum anderen Ufer. Wir treffen uns dann dort. Ihr da, setzen! Ich spüre Gefahr. Kommt und hört zu, damit ihr euch verteidigen könnt. Ich spüre Gefahr. Das Gericht ist stark. Ich mache nicht Zeit. Singen, Jan undetty. Nein! Fall gut gefahren! L machen ich von, oder? Ich will michjessen! Hier lang. Diese Hunde sind ein Aspekt des Giftes. Unser Gegner weiß, es sieht sicher aus. Ihr müsst weitermachen. Unsere Zukunft liegt in eurer Hand. Das fühlt sich besser an. Das ist ein Aspekt. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich stehe zu eurem Dienst. Ich werde diese Brücke schnellstmöglich neu formen. Wollt ihr euer Wissen mit mir teilen? Mir geht ihr rein. Es ist so weit. Das geht jetzt in der Richtung vor uns am stärksten. Nur Mut! Moment. Irgendwas passiert. Ich spüre es. Ja. Ja. Ich bin ein Wissler. Das war's für heute. 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 Das kann der Traum doch nicht wollen. Ich kenne euer Gesicht aus dem Traum. Nutzt den Moment. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.